Applaus Arme noch mal Arme hoch Die ganze Runde, wo du tief wieder hinter gehst, da war ich ein bisschen unnachsam, da ist mir das Körperrad weggeschmiert Und dann habe ich die Kette nicht mehr drauf gebracht und bin halt im letzten Kino mit uns direkt so gerannt an ihm war Der Herr schiebt das Rad schneller, wie manche andere laufen können, also Wahnsinn, Wahnsinn Arme hoch